Sie haben auch diese Benennung für sich beansprucht, aber wir haben uns angeeinigt, wie sind die Uhrenmetropole und sie sind eine Uhrenmetropole. Und wir sind das deshalb, weil die zwei grössten Marken, nämlich Prolex als die weltweit stärkste Marke und Omega mit Swatch Group, weil die weltweit grösste Umgebung, beide in Biel ihren Sitz haben und hier die Arbeit für die ganze Welt machen. Und es ist nicht einfach, diese beiden Gruppen unter einem Hut zu finden und wir haben das geschafft mit diesen Säulen. Das sind eigentlich, wie das in allen Städten sind, sind das die Wegweiser, wo man sich präsentieren soll, aber dann eben auch noch die Zeit und auf der Rückseite die Kommunikation. Aber bevor es den Leuten gegeben hat, hat es natürlich noch eine Familie Nordmann gegeben und eine Familie Maus. Und das ist ja mittlerweile der drittgrösste Detailist in der Schweiz, die ganze Mausgruppe. Ich will gleich für das, was dort alles zugehört, also das ist gigantisch. Und nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich. Oder Ad Verticum und Fly und wie ihr euch immer wisst. Und ganz lustig ist, der Name kommt jetzt gerne in den Sinn mit dem Krokodil. Lacoste. Lacoste, das gehört hier rein. Und in Frankreich haben sie Beteiligungen in den grossen Galerien. Das ist ein recht grosser Konzerno. Und gestanden ist das hier. Die Krokodilz, das gehört hier. Die Krokodilz ist der Geburtstuck. Die Ereignisse ist der Geburtstück und der Geburtstück. Und als ich die Krokodilz hatte, den Geburtstück auch gleich, die begrenzt wurde zu dieser Zeit als bauern. Und als wir noch eine Verbiktung auch noch ab, die machen wir uns immer gar nicht weiter. Aber jetzt wird das Ding über die Krokodilz. Jetzt wird das Ding schon sehr geим. Hier wurde das Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Herzstück des vielen Altstadt, jetzt, Sie sind nur auf einem provisorischen Belag. Im Zuge der Restaurierung auch der Altstadt, wir mussten die Gasleitungen neu ziehen, es mussten Verkabelungen gemacht werden, hat man auch den Platz neu gestalten wollen und hat dann Treppen gezogen, die in wichtigen Kreisen der Stadt großes Missbehag gebracht. Das ist dann nach meiner Zeit geschehen, jetzt haben Sie wahrscheinlich einen Waffenstillstand geschlossen und haben mal provisorisch, weil hier sind selbstverständlich auch Pflastersteine, das ist ja völlig klar. Also ich fühle mich jetzt nicht wohl auf diesem Platz, weil ich habe ihn noch nie so betreten. Es sieht dann ganz anders aus und ich bin gespannt, wer sich durchsetzen wird. Ich bin überzeugt, dass die Gestaltung mit diesen Treppen dieses Bild wesentlich verbessert, aber weil früher war es fließend und es gab eine riesengeschichte, ob man jetzt eben diese Treppen machen soll oder nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. 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 Es hat sich Mühe gegeben mit dieser Synagoge sehr vieles renoviert. Renovieren lassen natürlich. Und dann hat er in Ipsach hier am See eine Firma gefunden und die war überglücklich, dass sie diese Holzmodel herstellen durften und nachher diesen Kupferüberzug darüber machen konnten. Und jetzt sind die Kuppeln wieder heil und ganz, aber es ist schon interessant, eben wenn man sieht, wie die wieder aufgesetzt worden sind, und hier sind sie also wieder drauf. Und bei dieser Gelegenheit ist dann eben die ganze Synagoge, das war ein Trümmerhafen. Man hat alles, wirklich alles neu gestrichen, und man hat die Wände zusammengezogen, weil ganz hinten in der Hinterwand, da waren große Risse von der Jura-Gewässer-Korrektur, das Ganze ist nicht unterkellert, weil es eine sehr arme Gemeinde war anfangs, und dann kam die Jura-Gewässer-Korrektur, und dann hat sich das Land gesetzt, und dann kamen Risse im Boden, Sie sehen es nachher da vorne noch. Aber die Wände hat man mit großen Ankern, Moment, die müssten auch irgendwo sein, jawohl, mit großen Ankern zusammengezogen, wirklich, also von beiden Seiten her, und das hat bis jetzt einigermaßen gehalten, also von außen sieht man ein bisschen, dass die Risse da gewesen sind, und von innen fängt man es an, wieder zu sehen. Vielen Dank.